Die Zufriedenheit mit der geschätzten Ampelkoalition sinkt auf einen neuen Tiefstand. Ihr habt richtig gehört, unsere geschätzte, beste Bundesregierung, die wir jemals hatten in Deutschland, wird immer unbeliebter. Ist das realistisch oder aber wird hier Populismus betrieben? Wir gucken uns das Ganze mal kritisch an, wir wollen zusammen, wenn du neu bist. Ich bin der Olli und wir sehen das hier. Eine exklusive Umfrage, die gemacht wurde für die BILD, von Ihnen sah aus. Heißt es nämlich hier, die Ampelkurve des Grauens. Das Zufriedenheit mit der Regierung erreicht den Tiefpunkt. Und das ist ganz interessant, denn die sind gerade mal zwei Jahre dran. Zwei Jahre dran und langsam verstehen immer mehr Leute, was hier eigentlich passiert, was hier eigentlich los ist, so dass die Unzufriedenheit wirklich auf dem neuesten Höchststand ist und gleichzeitig die Zufriedenheit auf dem neuesten Tiefstand. Man muss sich das ja überlegen. Wir haben ja 2021 bei der Bundestagswahl, hier steht es ja auch nochmal, satte 52 Prozent in Summe gehabt für SPD, Grüne und FDP. Und dass Christian Lindner als FDP-Vorsitzender dieses Bündnis eingegangen ist, das werde ich ihm lange, sehr, sehr lange nachtragen. Denn das, was jetzt aktuell passiert, sind die Folgen aus dieser Politik. Wir sehen es ja einfach, dass wir wirklich massive Probleme in jeglichen Bereichen haben. Nur um ein paar zu nennen. Wir sehen die Wirtschaft, wir sehen die Energiekrise, wir sehen Migration. Das ist natürlich aber auch vorgelagert gewesen über die letzten Jahre. Aber nichtsdestotrotz kommt es jetzt natürlich noch extremer hoch, weil man nicht vor zwei Jahren bereits hingegangen ist und in einer konservativen Regierung hätte man das gemacht und hätte das ganze Land anders aufgestellt und sich vorbereitet. Genauso auch dem wirtschaftlichen Energieaspekt, das Christian Lindner da mitgemacht hat und auch die FDP-Bundestagsfraktion mitgemacht hat, dass man die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland wirklich abschaltet. Weil man hätte es in diesem April nicht bestätigen müssen, sondern verhindern können. Das ist wirklich unfassbar. Und dann muss man wirklich dazu sagen, bei den Grünen war das ganz klar abzusehen und ja, auch bei der FDP hat sich das teilweise ja vor den Wahlen schon abgezeichnet. Also es kann ja niemand sagen, es hat keiner gewusst, was sie vorhaben. Es hat keiner gewusst, was da passiert. Nein, das kann man, also so kann man sich meiner Meinung nach nicht rausreden. Und wenn wir uns das hier weiterhin angucken, sehen wir nämlich den aktuellen Sonntagstrend. Und wir sehen, dass die Leute natürlich sagen, ja, die SPD kriegt das nicht hin und wir müssen wieder dahin, was früher besser war und Mutti, die hat, die macht, die Merkel. CDU, CSU wieder bei 29 Prozent mit einem leichten Plus von einem Prozent hier. Dass das natürlich nur ein anderer Anstrich von Grün ist bei der CDU, CSU, das merkt man und sieht man natürlich in zahlreichen Äußerungen der Protagonisten, wie zum Beispiel dem Vorsitzenden, dem Friedrich Merz. Dass er natürlich ebenfalls mit den Grünen koalieren würde, davon bin ich felsenfest überzeugt. Solange da keine Brandmauer, wie es immer so schön heißt, gegen die AfD, die besteht ja, aber keine Brandmauer gegen die Grünen gemacht wird und auch gegen die Linken, was ja in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und so weiter im nächsten Jahr gegebenenfalls passieren könnte, einem dieser Bundesländer bei den Landtagswahlen, solange ist die CDU, CSU meiner Meinung nach nicht wählbar. Wir haben einfach zu viele von diesen sogenannten Merkelianern noch aktuell in der Partei, wie man zum Beispiel bei mir hier in NRW sieht, Henrik Wüst, was hier für eine Politik betrieben wird, oder auch den Weil, um diesen zu nennen, oder auch den Günther. Das sind schon massive, ja, ich sag mal, Merkelianer einfach. Weiterhin sehen wir aber dann auch, wenn wir jetzt hier direkt daneben gucken, dass die Grünen weiterhin stabil bei ihren schwachen 13 Prozent bleiben. Also die haben einfach eine Kernwählerschaft, die nicht loszubekommen ist von dieser Sektenpartei, sagen böse Zungen, ich würde sowas natürlich nicht sagen. Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr die Grünen gewählt habt und auch wieder wählen würdet oder überhaupt wählen würdet. Denn viele sagen ja mittlerweile, nee, das geht nicht mehr. Aber immer noch 13 Prozent sind dafür. Und ich frage dann immer in die Runde so, wer ist das denn? Wer sagt denn wirklich, ich wähle die Grünen? Besonders nach dem, was die über die letzten zwei Jahre jetzt hier gemacht haben, Heizungsgesetz nur als ein einziges Thema zu nennen. Oder auch Tempo 30 in verschiedenen Städten und so weiter und so fort. Also es sind schon wirklich sehr, sehr krasse Entwicklungen, die sich hier aufgetan haben. Und trotz dessen stehen die bei 13 Prozent. Ich glaube, das ist der moderne Ablasshandel, dass viele Leute sagen, ich kann es mir leisten, die zu wählen. Und ich möchte hier so CO2-Kompensationsmäßig, wie das bei manchen Fluggesellschaften mittlerweile geht, einfach mein Gewissen freikaufen. SPD, für eine kanzlerstellende Partei, ein absolutes Armutszeugnis von 16 Prozent. Das ist wirklich unfassbar. Mal gucken, ob sie sich hier noch den Grünen angleichen werden. Die Linke, und das ist jetzt hier aktuell noch ohne die neue Bündnis-Sahra-Wagenknecht-Partei. Die wird ja jetzt in den nächsten Tagen voraussichtlich vorgestellt. Und wenn die dann hier in den Umfragen mit auftaucht, dann wird es nochmal ganz spannend. Wir sehen aber auch, dass die Freien Wähler hier bei 4 Prozent landen. Jetzt stellt euch das mal vor, die Freien Wähler würden hier mit 5 Prozent wirklich in den Bundestag einziehen. Dann könnten das so, bei der Linken sind es aktuell 38 Fraktionsmitglieder, bei 5 Prozent dann irgendwas 30, 40 Mitglieder in den Bundestag einziehen. Das ist schon nicht wenig, das ist schon einiges bei den Freien Wählern, was sich da auftut. Und auch sonstige haben wir 6 Prozent. Und das zeigt doch einfach, dass die Leute halt wirklich etwas anderes wollen, als das, was vorgegeben wird. So, und dann habe ich aber noch zwei Parteien, nämlich die FDP. Und da wird es wirklich ein ganz, ganz knappes Ding. Und das ist ganz klar der Politik der FDP und speziell natürlich Christian Lindner zuzuschreiben, dass diese Partei so abgeschmiert ist, wie sie es ist. Und das wird sich auch nicht ändern, solange Christian Lindner diese Koalition nicht aufbrechen wird. Aber das wird er nicht tun, davon gehe ich schon lange nicht mehr aus. Last but not least haben wir natürlich auch noch die Alternative für Deutschland mit starken, weiterhin vorhandenen 22 Prozent, allerdings um 1 Prozent im Vergleich zur letzten Umfrage abgefallen. Aber nichtsdestotrotz 22 Prozent, damit die zweitstärkste Kraft in Deutschland in dieser Umfrage. Interessant dazu ist es aber auch, wenn man wieder bedenkt, dass die CDU und CSU zwei Parteien sind, dass sie nur wegen zwei Parteien zusammen auf 29 Prozent kommen. Eigentlich müsste hier Union stehen, denn wenn man sie einzeln betrachtet, ist die AfD ähnlich stark wie die CDU. Dann kommen wir jetzt zu dem Anfangsthema. Wir sehen es hier, der Absturz der Ampel, die waren ja am Anfang sogar dann noch beliebter in den Umfragen als bei der Wahl. Aber dann ging es eigentlich nur noch rapide nach unten, hier ging es noch mal ein bisschen nach oben. Aber man sieht diesen eindeutigen Verlauf. Also wenn das hier eine Aktie wäre, ja, da hast du halt dein Vermögen wirklich verbrannt. Anders kannst du es nicht sagen. Und nichts anderes passiert doch gerade in Deutschland. Wir sehen doch einfach, dass mit dem, was unsere Vorfahren und unsere Eltern über Jahrzehnte hinweg in Deutschland erreicht haben und aufgebaut haben, wirklich zum Fenster rausgeworfen wird. Und interessant und einen absoluten Vorwurf muss ich hier machen an Insa. Warum wird denn hier eine solche Koalitionsumfrage gemacht? Hier wird gefragt, nämlich, welche der folgenden Koalitionen würden ihrer Meinung nach Deutschland besser regieren, als die Ampel-Koalition es derzeit macht? Große Koalition, 18 Prozent, am stärksten CDU, CSU und SPD. Das ist halt auch absolut krass. Können sich die Leute nicht erinnern, was unter der Großen Koalition alles schiefgelaufen ist? Okay, es war besser als die Ampel, keine Frage, aber es war trotzdem schlecht. Aber die Deutschland-Koalition wäre hier, CDU mit SPD und FDP zusammen, schwarz-grün. Oh Mann, ey. Jamaika wäre CDU, Grüne und FDP. Wird der Lindner auch machen, bin ich mir sicher. Aber wir sehen hier am meisten bei keine davon, 45 Prozent. Und vielleicht liegt das ja daran, weil man nicht fragt, dass was der große, rote, rosa-rote Elefant im Raume ist, dass nämlich eine Koalition zwischen CDU und AfD ebenfalls möglich wäre. Das muss man doch hier wirklich nochmal klar ansprechen. Aber nein, das wird ja immer wieder außen vor gelassen. Es ist halt wirklich einfach nur noch lächerlich, dass so etwas, was möglich ist, vielleicht nicht in Erwägung gezogen wird. Das ist immer ein anderes Thema. Aber es wäre ja möglich. Warum wird das noch nicht mal gefragt? Also das geht ja hier an die Umfrage Spezialisten von Insa raus. Fragt doch das mal. Das würde ich auch gerne mal in der Umfrage sehen. Und jetzt schreibt eure Meinung unten rein, was ihr denkt, was zunächst passieren wird. Wird die Koalition brechen? Und was bekommen wir dann? Große Koalition, wie wir sie schon mal hatten. Jetzt bin ich raus. Lasst ein Abo da. Danke, bis zum nächsten und ciao.